Hey Leute, was geht? Ich bin wieder da und wir sind hier an dieser Säule stehen geblieben, über die ich jetzt mehr herausgefunden habe. Und zwar, wir wollten letztes Mal hier mit Akrobatik versuchen rüber zu springen, das hat leider nicht so ganz funktioniert. Ich habe im Internet herausgefunden, dass die Säule Schwachsinn ist. Wortwörtlich. Die Säule ist unnötig, minderwertig und total für den Arsch. Man kann die Säule nicht bewegen und selbst wenn würde sie, glaube ich, auf der anderen Seite landen, ich habe sowas ähnliches gehört. Die einzigsten Möglichkeiten, da rüber zu kommen, habe ich gelesen, ist wirklich mit Akrobatik. Also ich weiß nicht, wie die Leute da gesprungen sind, um da mit Akrobatik rüber zu kommen. Wahrscheinlich hier richtig spät abgesprungen und dann hier den Moment genutzt. Oder man muss sich in eine Blutfliege verwattet. So, das ist natürlich unser Pech. Wir müssen auf die Akrobatik zurückgreifen. Und zwar, ich opfer jetzt einmal einer meiner Schnelligkeitstränke. Hier, das hält zwei Minuten. Und damit quasi... Ich glaube, das bringt gar nichts. Ja, wir sind echt schneller. Doch, doch, wir haben es geschafft. Einwandfrei. Okay, so. Wenn da jetzt nur Scheiße drin ist. Da ist nur Scheißdreck drin. Und dafür haben wir den Drang der Schnelligkeit geopfert. So, wie kommt man denn jetzt wieder runter? Ja, lustig. Das ist natürlich great. Oh, wir springen da einfach mal wieder rüber, ja. Na, das kotzt mich jetzt richtig an. Ja. Gut, eigentlich wäre das jetzt total unnütz, wenn wir hier den Weg nach unten laufen, weil wir das ja gar nicht machen brauchen. Wir müssen uns einfach nur zu Satoras teleportieren. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich. Nun haben wir schon insgesamt vier Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Mögest du in einem Stück zurückkehren. So, vielen Dank. Bevor ich jetzt hier noch viel rumkruge, weil ich kann mich hier später weiterhin auch noch aufhalten, nehme ich einfach mal den Teleport gleich zum Sumpflager. Was? Wir brauchen fünf. Ich denke, wir haben noch fünf Mana. Das ist kein Problem. Oh, ich hoffe mal, mein Mikro nimmt diese ganze Sache hier auf. Ansonsten müsste ich wohl oder übel ein Commentary machen und kein Let's Play. Das ist ein großer Unterschied, weil man kommentiert ja zu einem Spiel, was man quasi gespielt hat. Und Let's Play ist live. Ich bin gerade live hier und spiele dieses Spiel, hüpfe hier gerade hin und her. Hallo Templer. Ist das nicht toll? Bug-Using, hier die Akrobatik ausnutzen für unsere Geschwindigkeit? Ich würde ja den Drang der Schnelligkeit nutzen, aber den haben wir gerade sinnlos verschwendet, um eine Truhe zu öffnen, in der nur Scheiße drin ist. Ich hatte gehofft, in dieser Truhe, die man so auf dem normalen Weg eigentlich nicht findet, wirklich was drin ist, was man gebrauchen könnte. Beispielsweise eine seltenere Waffe oder sonst irgendwas in der Art, ja? Nein, über sowas denkt man doch gar nicht erst nach, nein. Es ist was ganz anderes drin. Nämlich nur ein paar Erzbrocken, ein paar Dietriche, zwei Heiltränke. Gut, die Beute hätte ja noch schlimmer ausfallen können, das ist klar. Allerdings, ich habe schon mehr erwartet, dass wir da wirklich rauskriegen. Wir machen uns übrigens jetzt gerade auf den Weg zu dem letzten Fokusstein. Der befindet sich bei Lester, oder eher gesagt, Lester befindet sich bei ihm. Das sind übrigens unsere vier besten Freunde, die wir hier in dem Lager sammeln. Oder in dem Lager, in dem Minenteil halt sammeln. Und diese Freunde werden uns... Hat noch einer überlebt? Nee. Doch, ich höre einen. Ihr hört das doch auch, oder? Ich höre es. Na, da hat sich wahrscheinlich einer irgendwo unten drunter gebackt, oder so. Passiert. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Also, Diego, Milton, Gorn und Lester sind halt diese Freunde, die man hat. In Gothic 1, 2, 3 und auch in Arcania sind sie immer für einen da. Leute, das hasse ich an Gothic. Das ist das, was ich am meisten hasse. Und noch mehr Bluthunde. Ja. Komm her. Oh Gott, wie viele Sandoklegans das sind. Ja, der geht auf einmal ganz leicht. Oh. Weiß ich, so stundenlange Rumgeschlägerei auf diesen Bluthund. Ja, warum war er denn erst so schwer? Die kriegen wir hier einfach hin. Bluthunde sind für den Arsch, ja. Kriegen wir sowas von einfach hin? Tja, zwei Schläge. Zwei Schläge Bluthund weg. Wo ist da das Problem? Bei dem einen gewesen, ja. Dann kann man so richtig farmen gehen eigentlich. Am EP, wie viel EP haben wir denn? Wir haben 10 EP, sind Level 17. 17! Seit Level 10 juckt mich das alles nicht mehr. Haben wir hier so ein kleines Räumchen gefunden, in dem sich nur Müll befindet. Nämlich eine Amphore, eine Fackel und sonstiges Zeug. Äh, ja, eine Spruchrolle. Okay, das ist ja jetzt noch zu gebrauchen. Eine Truhe, die nicht abgeschlossen ist, in der sich ein Orkhammer befindet. Der übrigens besser ist als unsere Waffe, die wir gerade eben besitzen, ja. Allerdings will ich den Umsverrecken nicht anziehen. Guck mal, guck dir das lächerliche Ding an, Mann. Tut mir leid, aber das will ich nicht haben. Das will ich nicht haben. Das kann ich nicht lesen. Verpiss dich. Das sind so typische Gothic-Dialoge, die man normalerweise kennt, wenn man das Spiel gespielt hat. Man wurde öfters als, äh, beleidigt mit verpiss dich und, oh, das habe ich vergessen. Hm, das ist natürlich Wanda Bra. Vielleicht erkennt uns der Golem als Tier nicht. Aber ich fordere das nicht heraus. Ich speichere jetzt erstmal. Weil wir haben jetzt leider keinen Steinbrecher dabei. Normalerweise ist zum Bekämpfen von Steingolems der Steinbrecher da. Den haben wir jetzt nicht dabei. Da habe ich natürlich nicht mitgedacht. So, wir verlanden uns in einen Mollerit. Gehen so nah wie möglich heran, wie es es uns erlaubt. Aber erstmal füllen wir hier unser Leben auf. Kann nicht sein, dass uns das Ding angreift. Und dass dann das da ran muss. Ah, nein, nicht schwer. Das bringt uns wenig. Ah, das Teleport auch nicht. Ja, Verwandlung. Ah! Wäre fast schiefgegangen. Oh, bitte lass uns zufrieden. Ich bin nur an Mollerit. Oh, das greift uns an. Ja. Ah, ein Steingolem, der es auf Mollerits abgesehen hat. Ich finde das jetzt echt nicht fair. Ja, wie komme ich denn jetzt an diesem scheiß Steingolem vorbei? Die beste Alternative, die wir hätten, wir könnten Lester um Hilfe bitten. Der steht nämlich auf der anderen Seite hier. Da sehen wir ihn. Na? Wir laufen einfach vorbei, ganz genau. Hallo, Lester. Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich, aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt die dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Man kann ihn hercheaten. Und wenn sich Lester dann in der Nähe befindet, wird er euch angreifen und töten. Hey, das ist meine Waffe. Gib sie her. Dann wird er sie euch abnehmen und hat dann zwei. Ja. Weil normalerweise kann man sich die Waffen bestimmter Persönlichkeiten nicht unter den Nagel reißen. Beispielweise Thoros, Thorloff, Lee, Silas, Lester, Diego, Milton und Gorn. So, aber was ich die, äh, die Degos Schwert kann man natürlich, ähm, kann man sich natürlich auch kaufen. Das ist nämlich das edle Schwert. Allerdings Degos Bogen. Ist so special. Na, super. Sieh mal. Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Hey. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Deswegen ist es auch immer ganz nett, sich im Bogen dabei zu haben. Beziehungsweise in den Arm ist. Oh, sorry, Lester. Oh, Leute. Scheiße, Mistviecher, Mann. Ich hasse das. Die Arme musst du mal rausholen. Anziehen. Ja, muss man das Ziel erst mal finden. Und meistens, Leute, nur lässt er mir irgendwie das Ziel. Ja, ja, ja. Diese Harpchen. Warum nimmst du eigentlich das Bier mit? Das ist das, was ich am wenigsten brauche. So, äh, die ganzen, ach Gott, die ganzen Waffen. Das sind alles so, äh, so No-Name-Waffen, die man nicht gebrauchen kann. Die, äh, lasse ich jetzt einfach mal da. Oh. Da war übrigens ein Drohenschlüssel drin, den wir gebraucht haben. Für oben. So, und wenn wir jetzt, äh, hier diesen Hebel ziehen. Dann sind ein paar Skelette hier entgegenkommen. Und jetzt, wo wir Lester brauchen, ist er nicht da. Lester? Lester! Lester, du homophobischer! Na, toll. Ja, komm da runter, Mann. Lass mich nix so an, Mann. Hallo? Komm mit. Meine Fesse. Na, der hat sich festgelaufen. Finde ich super toll. Ja, äh, um solche, ähm, Malheure hier zu entfernen, muss man ganz einfach, ähm, O in Lester hinein. Ja, so. Das war's auch schon. Hey. Und dann wieder O in sich. So. Lester ist wieder befreit. Und wir können wieder ganz gepflegt unseren Weg fortsetzen, ohne dass Lester irgendwelche... Ja, und dass er uns endlich mal hilft hier. Na gut, zumindest ablenken kann er diese Viecher. Weil in diesem Raum, in dem wir jetzt die Skelette rausgelockt haben, sind nämlich ziemlich viele Tränke, die ich ganz gut gebrauchen kann. Trank, Trank, Tränke. Tränke sind das A und O. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh. Na gut. Wenn er's nötig hat. Na, wir kriegen ja sogar die EP. Das ist ja das Tolle daran. Oh, hopp. Mana und Teildrenke, so viel wir brauchen können. Finde ich toll. Finde ich toll. Eigentlich sind wir jetzt, äh, schon mal in der Lage, hier uns ganz gut alleine durchzuschlagen. Wo ist denn jetzt Lester? Hat er sich schon wieder festgerannt? Wo ist er denn? Normalerweise steht er immer draußen, falls er grad irgendwie... Oh, Lester... Ah, wo kommst du denn her? So. Wir gehen jetzt mal in den Raum, weil der würde uns nämlich die Vorfahrt nehmen. Komm her, du Bitch. Ich werde mich mal oben umsehen. Tu das, mach das. Ich muss nämlich auch nach oben. Das Tolle ist, man kann die Leitern nur verwenden, wenn diese Person, die diese Leiter gerade braucht, ja, nicht mehr drauf ist. Das heißt, es können keine zwei Personen auf einer Leiter sein. Was ich total behindert finde, ja. Warum ich meine Wörter immer so behindert ausdrücken muss, ja. Ist eine Ausdrucksweise meiner Aggression. Ja, das stellt sich schon mal genau da hin, wo wir hin müssen. So. Den kleinen Streit vergessen wir, okay? Bitte? Ja, weil ich dich einmal geschlagen habe. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Dann würde ich dich nehmen. Ich werde etwas mehr détest. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, Leute, so ist das nun mal. Schnappen wir uns noch das ganze Erz hier. Und noch die Paipi-Türen schweren. Und schauen wir uns doch mal ganz oben an, was wir da finden werden. Nämlich gar nichts. Die Leiter ist nämlich verpackt. Ja, und jetzt hat schon wieder jemand im TS. Ich muss wirklich immer aus dem TS raus. Ich bin nicht allein. So. Kleines Rätsel, was wir hier haben. Wir müssen nämlich uns diese Scheiße hier mit Tete Kinesi holen. vorher logischerweise mal Mana auffüllen, weil sonst wird das nix. So, ganz vorsichtig. So, und das war's. So, der Fokus liegt jetzt da unten. Eigentlich könnte ich da runter springen, aber ich riskiere jetzt mal nichts. Okay, ja, gut. Das ist jetzt richtig blöd gelaufen. Ah, stimmt. Den Fokus sollten wir jetzt schon noch holen. So. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Ja, Leute. Und dann ist es auch mal wieder bereit. So weit, dass wir unser Let's Play beenden. Und ich sage tschau auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge Nummer 21. Ach ja, übrigens. Ich habe hier noch eine Facebook-Page erstellt. Der Link ist in der Beschreibung oder auf dem Kanal. Dort werde ich jedes Mal, wenn ich ein neues Let's Play oder ein anderes neues Video hochgeladen habe, es mit euch teilen. Und ihr werdet dann noch schneller mitbekommen, dass ich etwas Neues kreiert habe, das ihr euch anschauen dürft. Also, haut rein. Enjoy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.